Ein Frühlingssommer, Quatsch, ein isländischer Sommer, meine Damen und Herren, heißt Asprengi-Sanni. Ein isländischer Sommer, den wollen wir Ihnen jetzt zeigen, was heißt hier. Bella Wind, Islandpferde, erfolgreich in Frankfurt beim großen Festhallenturnier waren Sie eines der besten Schaubilder für Sie heute Abend. Bitte schön. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das nicht nur Schritt, Trapp und Salopp beherrscht, sondern als vierte Gangart den hier so typisch präsentierten Tönt. Den Viertakt ohne Schwebephase, auf dem der Reiter und die Reiterin so unvergleichlich bequem sind. Und sie beherrschen sogar noch einen fünften Gang, den Rennpass. Dazu später mehr. Unkontakt hat, ne? Und das ist ja auch nicht. Und das guckt uns noch gar nicht an, ne? Und das ist ja auch nicht an. Das Islandpferd kam in den 70er Jahren hier zu uns nach Deutschland. Und von da an ist es eine riesige Erfolgsgeschichte. Tausende, zigtausende von Menschen haben sich inzwischen dem Islandpferd anvertraut und genießen dieses unvergleichliche Fluidum, das mit diesen Pferden verbunden ist. Auch hier muss man sagen, in der Basis, in der Freizeit bis hin zum großen, ganz großen Sport. Das Islandpferd kam in den 70er Jahren hier zu uns nach Deutschland. Das Islandpferd kam in den 70er Jahren hier zu uns nach Deutschland. Das Islandpferd kam in den letzten Jahren hier zu einer Applaus Die großen Akteuren, zu den Botschaftern des Islandpferdes. Auf großen Shows sind sie schon aufgetreten und natürlich auch heute Abend hier in Wiesbaden. Applaus Applaus Und auf dem Gast, der fünfte Gang, 60 Stundenkilometer. Applaus 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 Applaus